Wir legen los. Wir machen ein schönes Krafttraining kombiniert mit Ausdauer. Ausdauer in so einem kleinen Intervall. Ich gebe euch, also wir brauchen einen Topf, zwei Wasserflaschen, ich gebe euch immer noch eine zweite Variante. Wenn ihr sagt, das ist mir zu anstrengend, dieses Gehüpfen, oder ich kann nicht hüpfen, weil mein Knie, der Boden hier nicht so gut ist wie im Studio, oder unter mir jemand wohnt, der mir dann aufs Dach steigt, da gebe ich euch eine zweite Variante. Okay, so, ich mache die Musik ein bisschen lauter, dass er ein bisschen den Takt mithört und dann legen wir einfach mal los. Viel Spaß, also so gute 50 Minuten brauchen wir. So, kommst du? Wenn jetzt die Musik ging. So, wir stellen noch ein Set. Okay, das ist mein rechtes Bein, oder bei euch? Ich glaube schon. Wir marschieren. Ah, hopp, hopp, hopp. Arme noch ein bisschen mitnehmen. Ab zur Seite. Nach oben. Rad. Oh nein. Zur Seite. Sein. Nach oben. Rad. Oh nein. Ein bisschen schneller. Sein. Hoch. Hopp. 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 Ab bleibt weg. Und nach oben. Achtung, die Knie hoch. Und zieh, 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 zieh. Hopp. 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 Und doppelt. Zwei. Zwei. Woo. Hopp. Hopp. Jawohl. Woohoo. Und wieder auf eins. Zieh. Lass die Arme weg. Und stell den Knie. Kick näher. Kick. Hopp. 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 Und hier auf Doppel. 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 Woohoo. Doppel. Doppel. Hopp. Und wir marschieren. So, wir fangen heute mit den Beinen an. Nicht wie gestern mit dem Rumpf. Einfach mit den Beinen. So, bleib mal stehen. Ein Bein nach hinten. Die Zeit von der Seite. Ein Bein ist hinten. Wir gehen. Tief. Lieb. Tief. Lieb. Tief. Tief. Jawohl. Und jetzt mit einem Kick. 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 Kick vor Ort. So, nicht. Kick. Kick. Hopp. Hopp. Jawohl. Auf geht's. Aua. Woohoo. Sehr schön. Tief. Und kick. Tief. Und kick. Durchhalten. Hinten. Auf geht's. Auf geht's. Woohoo. Ich sage euch, danach braucht ihr eine Dusche. Hopp. Hopp. Woohoo. Vier. Vier. Drei. Zwei. Stehen. Und jetzt nur ranziehen. Ran. Ran. Ich stelle euch mal stumm. Ihr macht weiter. Nur, dass ich euch nicht höre. Jawohl. Vier noch. Drei. Zwei. Und wir marschieren. Auf. Woohoo. Ganz locker. So. Anderes Bein. Achtung. Wir gehen tief. Rad. Äh, tief. Knie. Tief. Und Knie. 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 Sehr schön. Hopp. 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 Woohoo. Hopp. Hopp. Wunderbar. Schön gleichmäßig. Bauch ist gespannt. Tief. 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 Hopp. Tief. Super. Noch vier. Achtung jetzt mit Kick. 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 Hopp. Kick. 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 Woohoo. Woohoo. Kick. 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 Und nur langziehen. Kieb. Und rass. Super. Tief, tief und wir marschieren, Beine ein bisschen nach außen, Knie nach außen. Hände zusammen, Bauch spannen, wir gehen, Knie, super. Tief, tief und auf geht's. Vier noch, drei, zwei, bleib unten. Hände zusammen, Oberkabel nach vorne. Knie schön gerade und schieb dich einfach nach rechts und nach links. Genau, super. Achtung vor nach rechts. Arme nach hinten. Tief, tief, super. Ohah. Juhuu. Noch vier. Seiten weg zurück Annen wir nach hinten Zieh, 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 zieh Zwei, eine Minute, zieh zu kommen Zieh, 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 zieh Zieh, zieh, zieh Zieh, zieh Zieh Super! Juhu! Verbrunchen, tief fährst Hoch und tief Hoch und tief Zieh das? Hoch und tief fährst Hoch und tief fährst Hoch und tief fährst Hoch, hoch Und wir marschieren. Wir brauchen unseren Topf. Ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Wir haben hier den Topf. Legt ihn am besten auf die Matte. Dann rutscht er nicht so. Oder wenn ihr einen Teppich habt, legt ihn auf den Teppich. Variante 1. Wir springen. Variante 2. Wir tippen. Ja? Macht es, wie es für euch okay ist. Dann laufen wir. Dann könnt ihr auch marschieren. Dann springen wir rechts, links. Dann könnt ihr auch wieder tippen. Ja? Macht es, wie es für euch okay ist. Immer eine Minute lang. 5, 6, 7, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 3, 2, 1. Woohoo! 4 noch 3 2 1 Nehmen wir es aus in die Mitte Oberkörper ein bisschen nach vorne Beine leicht beugen 4 3 Und wir laufen 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 Oder einfach so? Okay? Und los geht's! Wuh! 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 Luft holen! Wasserflaschen holen! Wer mag, kann was trinken! Wuh! 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 Arme tief. Ellenbogen an den Körper. Pop- und Bauchspanne. Das geht einfach los. Dass der Puls noch ein bisschen runter kann. Einfach beugen. Beugen. Zieh. 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 Hopp. Hopp. Zieh. 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 Super. Hü-hü. Akku in der Mitte halten. Ganz kurz. Pop. Pop. Wuhu. Pop. 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 Hopp. 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 Zieh. 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 Wuhu. Ah, es läuft. Jetzt die Flaschen nicht aufmachen. Wuhu. Wuhu. Und wieder langsam. Beugen. 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 Hü-hü-hü. Beugen. Und nach Hals. Beugen. Mit leicht gefeuerten Armen hoch. 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 Achtung hoch und seit. Hoch. A-la! 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 Juhu! Jawoll! Es läuft! Aus meinen Augen! Hup! Hoppla! Habt ihr ruhige Glasflaschen? Echt, seitlich hoch! Hup! 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 Inwechsel! Hup! 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 Bag�! Hup! 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 Vovor oder Adel? Perfekt. Arme bleibt unten ab, wir gehen nach vorne, ran, vor, und ab. Vor, ran, vor, und ab. Vor. 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 Vor, seit. Ja, tief, hier, ran. Vor. 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 Jawohl. Oberkörper nach vorne. Die Arme strecken. Rücken ins Geraden. Ellenbogen am Körper. Super. Wuhu. Seid ihr noch alle dabei? Jawohl, ihr seid spitze. Wuhu. Fühle ich mich hier nicht so alleine. Erstmal ganz kurz. Hopp, hopp, hopp. Şir, sie, 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 sie. Hopp, hopp, hopp. Şir, sie, sie, sie. Wuhu. Und wieder langsam, streng! Hup! 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 Das ist schön gerade! Si! Jawohl! Das ist super! Hup! 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 Arm lang unten wegen Swedish! Ho! Ho! Hup! 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 Zieh, zieh, hopp, hopp, in Wendel, dritt, links, rechts, links, auf Rücken, im Becci weiter, zieh, 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 jetzt den Wechselpunkt ein bisschen nach hinten, ja, nicht den Arm streben und beugen, sondern den leicht gebeugten Arm nach hinten, und Beine Schulterblätter zusammen, 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 und trink, ganz kurz, hopp, 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 si, si, Eins, vier, drei, zwei, Okila-Kala. Wir brauchen wieder unseren Topf. Seid ihr bereit? Oh mein Gott! Ok, viel nach! Und los geht's! Woo-hoo! Ja! Woo-hoo! Musik Ok, jetzt hier! In den Topf in die Mitte. Durchatmen. Vier. Drei. Und tempo. Auf geht's. Ihr schafft es. Was. Wohooo. Die Wals. Woop. Achtung! Es geht alles! 4, 3, 2, okay! An die Seite! Ja, ihr könnt auch gerne das Gießen hier machen. Alles okay. Vier. Los. Woo. 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 Lecker, ne. Woo. Asma. Sieben. Okay, Mountain Clipper, wer kann, wenn jemand kann, darf auch eine Pause machen. Oh, 5, 6, 7, 1. Die ersten Nachdruck, 3, 4 mal 8. Die zweiten Nachdruck. Und dann sind wir noch bei den letzten, 7, 5, 3, okay, trinkt was, oh Gott, ich glaube früh ist noch anstrengender als abends, oder weil ich gestern Abend schon das gemacht habe, oh mein Gott, es ist immer anstrengend, ne, Prost. So, wir bleiben gleich am Boden, weil jetzt machen wir noch Rumpfmuskulatur, am Ende der Rumpfmuskulatur, machen wir nochmal eine kleine Ausdauerrunde, ja, aber nicht mehr so lang wie eben, keine Minute mehr, jede Station, sondern nur 45 Sekunden. So, ist doch schon mal beruhigend, oder? Wir fangen mit Liegestützen an. Wer richtige kann, darf richtige machen. Ihr dürft aber auch jetzt auf die Knie, weil der Mountain Clipper ist schon ziemlich anstrengend, ja, so, wir fangen aber alle, so rum, hab das Becken vor, auf den Bauch liegend an, die Hände unter die Schultern, okay, 4, 3, 2, 1. Achtung, 2 hoch, 2 ab, 2 ab, 2 ab. Geht nochmal. Achtung, 2 hoch, 2 ab. Achtung. Halt, ab, holen, ab, holen. Okay, wir setzen uns. Geht noch? Ja, ne? Hält dann die Knie. Oberkörper so weit zurück, dass die Arme durchgestreckt sind. Okay, Beine hoch, Arme ran. Wir gehen rechts, links, rechts, links. Links, 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 links. Links, links. Links, 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 links. Ja, drei, zwei, Arme, wir legen uns auf den Rücken. Die Hände hinter dem Kopf. Nur die Fersen ausstellen, ja? Nicht den ganzen Fuß. Nur die Fersen, Bauch anspannen, Augen zur Decke. One, Beine hoch, 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 hoch. Oh, hoch, hoch, hoch. Musik 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 Ready for some action, ready for some action, ready for some action, ready for some action. I'm searching, I need to grab my best course. Ho! Ha! Woohoo! It's a movie when I hit the club. And all these girls showing out, and they show me love. It's a movie when I hit the club. And all these girls showing out, and they show me love. It's a... Woohoo! It's a... Vierna! It's a... And the head is behind the head, and slowly. Ho! Ho! It's a... It's a... It's a... It's a... It's a... Rightes Bein hoch. Linke Ellbogen geht zum rechten Knie. It's a... 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 Und die Kärzen noch mal aufstellen. Und hoch. Hoch. Und die Kärzen noch mal hoch. Hier bleiben noch mal sitzen. Die Arme zur Seite, Daumen nach oben, Beine noch mal hoch. Wir gehen nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Noch vier. Da ist irgendwas in meinem Regner. Und weg. Jawohl. Okay. So, wir machen noch eine kleine, kleine Ausdauerrunde, okay? Schaut mal noch. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Das war mein Einsatz. Nach rechts. Egal. Ready? Die. Drei. Gopern.